Polizisten täglich am Limit. Wie hart ist der Job wirklich? Den Gedanken daran, jemanden zu verletzen, ist natürlich schon ein komisches Gefühl. Er schaut hinter die Uniform. Es kommen Leute, die kommen da nicht mit klar an. Und ist hautnah dabei. Das hat nichts mit Spaß tauchen zu tun. Einsatz für Henning Baum. Hinter den Kulissen der Polizei. Am 15. März.